Omonia Nicosia muss das 1 zu 0 gegen Jagiellonia Bialstok aus Polen nur noch über die Zeit retten. Nuno Aziz will den Ball im Strafraum festmachen, denkste. Der 37-Jährige greift ganz tief in die Trickkiste, lässt seinen Verteidiger an der Grundlinie stehen und legt perfekt für Ciljan Scheridan auf. Doch der vergibt kläglich. Das Team wird es Scheridan aber verzeihen, denn sein Tor zum 1 zu 0 reicht zum Weiterkommen in der Europa League Qualifikation. Nicosia zieht in die dritte Runde ein und trifft dort auf Brent BIF.